Im Rhythmus, trotzdem darf die Melodie ihren traurigen Traumträumen in die Mittelstimmen erwachen und leben. Wie viel er in diesem Stück entdeckte, das kann man nachspülen, wenn man die zahlreichen Einspülungen in aller Aufschaltplatten vorliegen miteinander vergleicht. Was er da in den Sketchup-Partien immer neu hinzufügte, das ist schon außerordentlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018